So, dann wollen wir mal weiterspielen. Kampagne laden. Genau, unseren einzigen Speicherstand. Laden. Und dann mal gucken, ob da mal alles gut geht. Weil bisher hatten wir die Mission immer an einem Rutsch durchgespielt. Und nicht zwischendurch gespeichert. Aber ich wüsste nicht wirklich, was da schief gehen könnte. Außer, dass man eventuell die Runde, in der abgespeichert wurde, nochmal neu spielen muss. Was steht da? Der Sunderhammer bringt Plus Eins in einem Nahkampfwurf. Zulässig zu dem Plus Eins durch den Sergeant. Weil der einzige Hammer, der wir haben, ist der Sergeant. Ja, Plus Zwei ist schon ganz schick. Und Defend-Modus Neuwürfeln ist dann noch schicker. Aber trotzdem ist der mir sehr suspekt. Und ich höre die Karte schon ganz leise im Hintergrund. Ja, komm schon. Genau. Also, kurze Übersicht. Klick. Du stehst ewig da. Du bist ein Hammer-Typ. Warum stehst du da? Na gut. Ja, sieht so weit alles gut aus. Also, du bist schon im Defend-Modus. Ihr seid alle im Defend-Modus. Und du musst nächste Runde nachladen. Wir haben keinen CP über. Keinen einzigen. Das ist nicht so schön. Na gut. End-Turn. Ich hoffe mal nicht, dass das ein Bug ist mit den CP. Das ist immer ein Lied, dass die auf Null gesetzt werden oder so. Sehr. Äh. Unentschieden. Das ist ja ärgerlich. Sofort eine Ladehemmung. Das ist nicht so schön. Da bekommen mich doch ein paar mehr gerade. So, du. Du bist doch noch ein Problem. Da müssen wir mit ihm jetzt nachladen. Das kostet drei oder vier AP. Sieben CP. Ja. Ist okay. Du. Oh. Du kannst gar nicht mehr nachladen, weil... Du kannst nur einmal nachladen. Der Typ ist jetzt sinnlos. Äh. Äh. Nicht gut. Du. Geh mal da hin. Und dann geht er jetzt zweimal rückwärts. Und geht dann in den Defend-Modus und bringt beide um. Da hätten wir schon mal nur noch drei Punkte. Aber das ist, glaube ich, die einzige Methode, um den hier zu retten. Auch wenn er uns nichts mehr bringt. Aber ich würde trotzdem ungern noch mehr Terminatoren verlieren. Ähm. Oder warte mal rückgängig. Du. Geh mal da hinten. Du linker Target-Codents. Und dann hoffe ich einfach, dass beide Jeans-Dealer ihn hier angreifen. Und wenn nicht, dann ist er halt tot. Wir bringen uns eh nichts. Was soll's. So. Ähm. Angreifen mit ihm. Ich weiß ja nicht. Was. Äh. Also er kriegt plus zwei. Das heißt, er würfelt immer mindestens eine drei. Aber dafür hat er hier ein paar mehr Würfel, die er werfen darf. Nee. Ähm. Kriegen die einen Bonus, wenn man von hinten angreift. Könnte ich mir vorstellen. Also sollte er sich eigentlich nach da drehen. Und in den Guard-Monus gehen. Damit er den da angreifen kann. Und auch den, beziehungsweise die, wenn sie ihn von da oder da angreifen. Der einzige Haken wäre halt, wenn die jetzt hier lange laufen, ihn umbringen. Und dann von hinten ihn angreifen und umringen. Und was weiß ich. Also ja, das hier sieht echt nicht gut aus. Ähm. Nächste Krisenzone. Hier. Ladehämmung geben. Kommt gerade was von unten. Nö. Den geh du doch mal bitte. Das ist echt doof. Dann kommt was von rechts. Eventuell. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, diese Runde nicht. Okay, dann dreh du dich bitte nach da. Gehst du in Overwatch. Du gehst bitte dahin. Gehst auch in Overwatch. Unten kommt wirklich nichts? Nein. Dann drehst du dich bitte um. Gehst auch in Overwatch. Dann müsste das... Genau. Dann müsste das so weit hinhauen. Einfällt noch vorgehen. Wir haben genug CP. Nee. Was soll's. Wir haben jetzt fünf CP über. Und... Die hier werden wahrscheinlich sterben. Aber... Gut. Vielleicht unterschätze ich ja auch den Hammer Terminator. Und der bringt jetzt alles um. Und dann... Wenn nicht, dann müssen halt die drei das schaffen. Wobei das alles Stormwater sind. Damit kann ich arbeiten. Unentschieden. Tot. Eine Eins gewürfelt und eine Zwei gewürfelt. Das ist nicht gut. So, und die bringen jetzt die alle um. Gut, 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 gut. Gute Jungs. Ihr stellt euch jetzt Rücken an Rücken. Und deckt alle drei Ausgänge ab. Oh, Moment mal. Problem. Wenn uns alle da oben hinlaufen. Und er einmal schlecht wirkelt. Der Clown Terminator. Dann hat er ein Problem. Ladehermmer, okay. Das heißt, einer müsste mindestens... Das ist echt doof. Echt, echt doof. Einer müsste sich irgendwo hier hinstellen, dass er nach da... Das... Oh, kommen alle hier raus. Das sind alle hier oben. Aber gut, ist eine Herausforderung. 24 Stück müssen wir umbringen. Hier darf keiner rein. Hier strömen gleich richtig viele rein. Du... Könntest hier rumgehen. Von hier kommt nichts, ne? Ne. Also ja, du könntest hier rumgehen. Und dann in zwei Runden hier lang schießen. Das ist viel zu lange hin. Ne. Ähm. Nicht das hascht. Wir brauchen das neu würfeln. Du... Gehst jetzt da hin. Bringst unterwegs hoffentlich ihn um. Wollen wir schießen? Eigentlich hätte ich ihn echt gerne hier. Das würde vier... Ne, das kostet vier Punkte. Äh, ne. Du gehst jetzt da in Overwatch. Und dann geht die nächste Runde hier hin. Geht nach da in Overwatch. Und er geht da hin. Und geht nach da in Overwatch. Um den ganzen... Strom von da umzubringen. Und du... Was machst du verdammt nochmal? Ist alles zu eng hier. Ich würde gerne mit einer Melda Charge hier durchbrennen. Der Störbein aus Terrain wäre echt praktisch. Äh. Nö. Also du deckst dann nachher diesen Gang. Du deckst den Gang. Und ja, du könntest den Gang decken. Aber... Da kann er sich auch einfach umdrehen und kurz schießen. Das ist nicht so das Ding. Mh... Ne. Du gehst hier unten lang. So. Du gehst in Overwatch. Du stellst dich etwas günstiger hin. Und... So. Warte mal. Eins, zwei, drei. Einmal schlagen. Vier. Fünf, sechs. Ich gucke nur gerade, ob der dann eine Runde beide umbringen könnte. Aber das dürfte nicht genau. So. Wir werden jetzt drei Punkte über, damit er... ...den da... ...und den Blib töten kann. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal hauen. Das heißt, nur ein Gensteel wird diese Runde an den Clown Terminator rankommen. Das ist soweit okay. Und nächste Runde... ...ist er da nicht hier. Und kann hier in Overwatch gehen. Also ein, zwei werden zu ihm kommen. Und da müssen wir einfach fünf Glück haben. Wenn wir das nicht haben, dann ist es vorbei. So. Du. Unbedingt im Defend Modus. Wir sind auch schon fertig. Stopp. Du. Nein, nein. Das wollte ich nicht. Du. Brauchst gar nichts, weil keiner schnell noch nicht rankommt. Okay. Ja, Overwatch, Overwatch, Defend. Gucken wir mal. Ja, das ist echt spannend geworden, weil wir so viele Verluste haben inzwischen. Wobei 24 Genesealer umbringen, das müsste echt machbar sein. Bitte, 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 bitte. Das war's. Sprich vorbei. Mist. Wir brauchen jetzt fünf oder sechs CP. Warum läuft sie zu mir und nicht nach da oben. Okay. Meine Weapon ist jammed. La, Lähmung. Unjamming Weapon. Dann trifft die... Also ich sehe es, komm, wir müssen diese Mission nochmal machen. Dann stellen wir uns ein Missmesser an und mit drei CP wird das nix. Also er hier müsste jetzt nach vorne gehen, den nach töten, beim nach vorne gehen, dann dahin gehen, sich drehen, den töten, den töten, dann in den Overwatch gehen, um die Nachhut, die von da kommt, zu töten und von da. Ja, währenddessen würde der hier hinlaufen und eins kaputt hauten. Ne. Aber gut, gucken wir uns an, was passiert. Du, also wenn wir failen. Ich schieße nicht. Das klappt nie. Na, sonst werden die Punkte verschwenden. Okay, wir schießen zweimal auf dich. Nix. Nix. Und dieses Sustain Fire, das Symbol oben drüber, haben wir jetzt schon seit dem neuesten Patch nicht mehr bekommen. Also entweder gehörte das gar nicht erst ins Spiel, hat er das Spiel zu einfach gemacht. Oder da ist irgendwas verpackt. So, Overwatch. Du. Overwatch. Du stehst ja echt doof. Du guckst mal noch da, auf jeden Fall, dass er stimmt. Enttäusche. Vielleicht haben wir ja auch Glück und der da dreht um und will ihn umbringen. Oder so. Ah, der ist nur ein... Ne, der ist zweiter Schritt vorgegangen. Eigentlich hätte er aber rangehen können müssen und zerstören müssen. Oh, nur gut. Oh. So, er haut auf eine Tür. So sinnlos. Okay, ich hätte mit ihm... Ja, das war unglücklich von mir. Ich hätte mit ihm eigentlich rückwärts gehen müssen und dann in Overwatch, damit mehr Felder zwischen ihm und dem Genestealer sind. Aber für mich ist das ganze Leben vorbei. Das... Wird so nix. Ja, nur noch Ellie. Und der Sergeant kann jetzt mit ansehen, wie nächste Runde das Ding da zerstört wird. Oh, da auch nicht. Vielleicht stirbt er jetzt auch noch. Ah, na also. Wenigstens ist das noch. Wow, 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 wow. Und tot. Ja, you have failed the Emperor. Wir haben dafür einen Banner bekommen? Äh. Okay, nee. Nee, nee, nee. So nicht. Ähm. Jetzt gibt es erstmal einen kleinen Cut. Unter der nächsten Folge machen wir die Mission nochmal. Und dann versuchen wir doch ein wenig besser zu positionieren, das Ganze. Auch wenn ich noch nicht wirklich weiß, wie. Hm. Aber gut, das sehen wir dann gleich. Das geht's. Äh. Untertitelung des ZDF, 2020